Geh mal das Risiko einfach mal ein. Den Raum habe ich jetzt ganz übersehen. Gibt es hier irgendwas? Wieso kann man... Das Licht nicht. Da hinten ist er. Tschüss! Wie hat der uns gesehen? Da ist er. Wie hat der... Oh nein, das ist so hell hier. Wer schießt in die Lampe? Oh oh. Nein. Tschüss! Tend. Tend. Wo kommt man hier weg? Höh! Nee, da hinten lang nicht. Man kann das Ding überbrücken, indem man einfach hier lang geht, aber... Hier gibt's nix mehr, oder? Hier kommt er aber auch nicht hin, ne? Nicht so, hä? Oh, oh, ich bin mal gespannt. Höh! Höh! Mann! Ich dachte, ich kann den vielleicht hier einsperren. Ah, Mist! Ich seh auch nix durch das... Glas! Da ist er! Ha! Er geht jetzt wieder in die Richtung. Doch, das geht eigentlich ziemlich gut. Der hat uns doch gesehen, mit Sicherheit. Genau, such nur in der Ecke. Also ich habe jetzt nicht wirklich ne Ahnung, wie wir dem Burschen... ...zuleibe rücken können. ...zuleibe rücken können. Wuhu! Wuhu! Es muss doch irgendeinen Weg geben. So, mal schauen, dass der immer schön hinter uns ist. Das mache ich absichtlich, um den Weg zu finden. Hier die Tür war nicht eingetreten. Nein! 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 Wieso war die Tür hier nicht eingetreten? Wir müssen doch jetzt... ...die Kamera... finden... ...hau! ...hau! Oder ein Walkie-Talkie oder sowas. Ich frage mich nur, wo? Jetzt gehen wir mal rechts rein. Mal schauen, was passiert. Haben sie das Prinzip ein bisschen geändert? Müssen wir jetzt immer rechts rein. Okay. Tja, scheiße, was? Knochenmann. Hier ist offen. Hier ist jetzt offen. Oh Mann, bin ich schlau. Oh Mann. Nicht ruckeln. Normal kann man durch so ein Plastikfolier durchbrechen, wenn man es genau nimmt. Also denke ich mir jetzt mal so. Oh oh, wir waren doch hier schon mal. Och nee. Aber ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Och nee. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Ich glaube, jetzt wird es richtig interessant. Na. Na. Ruckel die Ruckel. Alter, wie die Augen glühen. Wo sind wir denn hier? Gibt aber ein schöner Thumbnail. Boah. Nee, das bringt gar nichts. Boah, ich sehe aber auch wirklich null. Also das haben sie wirklich sehr gut umgesetzt. Ich taste mich mal an der Hauswand entlang. Oh, da liegen welche. Aha. Ah. Sehr einladend. Sehr einladend. Wenn jetzt der Fettsack kommen würde. Das wäre jetzt mein Highlight. Was war das? Oh. Ich schätze mal, wir müssen hier durch. Boah, Alter. Man sieht nichts. Okay. Wie hat man scheinbar den Essenssaal gefunden? Ich höre doch Leute laufen. Komisch. Die können das nicht einreißen. Aber der dünne Knochenmann schon. Und jetzt? Ah, einen Stuhl haben wir schon. Das brauchen wir nur noch. Einen Strick. Aber den können wir nirgends befestigen. Ah, wir haben also halb zehn. Toll. Der Raum ist komplett nutzlos. Okay, die Seite ist zu. Dann ist es mit... Nein, andere Seite. Natürlich. Ja, ich bin weg. Ich bin weggegangen. Kein Problem. Ich möchte kein Ärger. Ich glaube, da geht es lang. Geht es hier nicht auf? Nö. Ist aber auch anscheinend eine sehr ungünstige Position. Sieht nicht sehr gesund aus. Ach ja. Ja.